hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play clash of clans heute machen wir mal so einen richtigen jodokampf und was haben wir in unseren armeelagern 15 heiler level 2 ja was haben wir damit vor wir werden mit den heilern die helden heilen so dass die helden sich durch das dorf kämpfen mal gucken wie diese taktik funktioniert ich bin etwas erkältet also natürlich habe ich keinen heiler für die aufnahme bekommen aber egal ich glaube 15 heiler müssen reichen ich werde mal die gegner suche überspringen bis gleich ich glaube wir entscheiden uns mal für diese what the fuck base mal gucken wie weit wir kommen und die highlight her das sieht aus scheiße geht doch auf den barbaren könig eine güte hier los und sprung zauber wenn man könnte ich kann ich schon zünden ich hätte noch ein paar heiler auf dem wagenkönig sitzen sollen aber naja egal das sieht aus diese heiler haben genau den gleichen ton wie so ein heilzauber lol was für ein zufall nicht was ich gerne hätte wäre das dunkle sind zwar nur 300 aber besser als nichts das ist ein gut zauber damit sie ein bisschen schneller geht mit der mauer die heiler heilen verdammt schnell eigentlich könnte man ja so das ganze dorf bekommen aber von der zeit reicht das ja nicht der magentur macht sowieso kaum schaden wie viel muss ich jetzt zahlen einen heiler auf zwei kostet 6000 elixier mal 15 90.000 elixier das radhaus vergleicht noch bitte genau auf das dunkle das sieht aus so ein bisschen ran so ah nicht so viel bitte geh aufs dunkle das ist auch so viel drin ja es gibt gummi ja aber dafür hat unsere boogie queen in diesem kampf kein schaden ja 32 prozent ja und 44.000 habe ich die fast ach die zauber muss ich auch noch dazu zählen hm ja sagen wir ein drittel habe ich reingeholt ja gucken wir uns nochmal in die wiederholung von king julius an ok das ist äh nicht gerade berauschend david ich mach ein für dich zu spät äh du bist in nein nicht neu in der hau so ich würde mal sagen das war's dann für heute ciao bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020